Jo, hallo! In der nächsten Season bei Camping Manager 2012. Wir werden wieder ein freies Spiel spielen, diesmal in Nordafrika, am Rande der Sahara. Ja, wir warten den Ladevorgang wieder ab, bis er es endlich geschafft hat. So, wir haben es geschafft. Die Map ist ganz cool, weil die nur aus Sand ist und hier so ein kleiner See und man hat viel mehr Platz als auf den normalen Graslandschaften. Sodass wir jetzt gleich loslegen werden. Wir werden uns mal so eine kleine, ja, erstmal so eine kleine Abgrenzungen machen, wo wir auch überall so einen Brunnen hinstellen. Das sieht immer ganz cool aus, das finde ich zumindest. Geben wir auf Dekoration und dann Brunnen. So. Lass uns unsere ersten Zelte bauen. Aber davor. Blumenbeet. Ne, was mache ich denn hier? Ich mache das mal irgendwie mit ganz viel Liebe. Na gut, nein, nicht mit viel Liebe. Ach, das sieht doch scheiße aus. Hallo? Äh? Mann! So gesagt? Genau, so ist es richtig. Das dauert immer so extremst lange. Ich hasse das. Lass uns erstmal die Zelte bauen. Und dann alles andere. So, so, so machen wir das dann mal so. So, und so. Und so. Am besten dann kommt in der Mitte da der Wasserhahn hin. Den baue ich mal ein bisschen weiter hier hin. Damit da denn auch noch eine Fackel hinpasst. Und... Jo, wir werden... Nein, kein Busch. Mal gucken, Busch ist auch okay. So, Busch. Dann Hecke natürlich, ne? Ist ja klar. Hecken machen die Zelte schön. Hallo? Du sollst wieder mal... dich da hinpflanzen, ey. Das sieht ja schon ziemlich gut aus. Also, ne? Passt da ein Baum... Bäumchen auch noch hin. Oh, oh, das ist ganz knapp. Ah, ja. Tut es. So. Super. Bauen wir den Weg weiter. Und dann noch Toiletten und so weiter. So. Bauen wir dann auf die andere Seite... Toilette und so und alles mögliche. Machen wir das mal... nebeneinander. Waschbecken in die Mitte. Die brauchen wir ja nicht zu drehen. Und eine Dusche. Wollen sich natürlich alle auch duschen, ne? Wer duscht sich denn schon? So machen wir da so einen schönen Bogen herum. Stellen da... Hallo? Ich will da eine Fackel hinstellen. Habe ich das hier in die Mitte stellen? Natürlich nicht. Doch, hier. Aber da stelle ich lieber... ein... ist das hier. Das passt doch da rein. Ist das hier auch rein? Jo. Wie süß. Und hier auch noch... Jetzt freuen die sich alle, aber ein paar Hecken müssen natürlich auch sein. Hecken sind schön. Ich mag hacken. So. Die freuen sich da schon. Da freue ich mich natürlich auch, wenn die sich freuen, ne? Und ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Die Zelte. Werden wir auf die andere Seite mal noch sowas bauen. Erstmal ein paar Zelte. Und danach... Also ich baue die Zelte immer in die... Also in die Breite, sodass ich dann immer so verschiedene Abschnitte machen kann. So. Dann machen wir mal so. So. Ach ne, hier hätte ich nicht so machen sollen. Dann lassen wir die alle zur Mitte zeigen.